So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play, den Random Encounter. Ich kann es nicht abwarten, ihm ins Gesicht zu schießen. Lass uns loslegen. Sam und sein neuer Freund Brave tun sich vorsichtig in den Dungeon. Den Tempel, unterirdische Verliese, whatever, vorarbeiten. Sie können es nicht abwarten, Mäntel endlich ins Gesicht zu schießen. Du bist nicht Mäntel. Nein, bin ich nicht. Mäntel sollte irgendwo in diesem Tempel sein. Nun, Cowboy, dann helf uns mal, diesen Platz hier aufzuräumen. So, du hast die Schotze, das ist richtig. Du hast die Minigun. Oh, Laser Rifle, sehr gut. Shotgun ein bisschen größer, Minigun. Machst, ne, war doch wohl mal so. Und du wechselst mal zur Laser Rifle. Oh, nee. Den können wir noch so lassen. Ne, jetzt kann sie mal wechseln. Das war's für heute. Das war's für heute. Weißt du, schön war, gleich noch mal. Weißt du, schön war, gleich noch mal. Weißt du, schön war, gleich noch mal. Ich bin nicht sicher, was dieses Schwimm-Dings da angeht. Okay. Du wechselst mal zum Raketenwerfer. Nee. Paketenwerfer. Du ballerst mit dem Minigun. Und du ballerst hier mit. Du ballerst mit dem Minigun. Du ballerst mit dem Minigun. Du ballerst mit dem Minigun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt tun wir immer noch auf die Dinger. Sollen wir immer noch weiterhin auf die Dinger schießen? Möglicherweise sollten wir einen Plan haben. Also einen Plan ausarbeiten. Lass uns auf die Dinger schießen. Den sehen wir noch bei Series 7. Die Dinger schießen. Die Dinger schießen. Die Dinger schießen. Die Dinger schießen von dieser Wand. Sehr interessant. Sollen wir drauf schießen? Scheint so, als ob der Tötungszähler drauf anspricht. Viele Sachen töten. Öffnet die Tore. Nett. Dann gucke ich mal nach Schlüsseln. Lass uns Dinge finden, um zu töten. Möglicherweise durch diese Teleporter. So, swap. So, swap. Na, ist gar nicht mal so schlecht. Und... Und... Shotgun. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber nun auch! Ich hab mich nicht getan. Ich habe mich nicht geholfen gehabt. Ich habe es sicher mit dem Schrauben. Ich habe mir den Tisch geholfen. Dann sch должны ich mich auch mal verlete! Ich habe das noch. Ich habe auch schon gesagt, Das war's für heute. Das war's für heute. Der kommt da angelatscht. Witzig. Dagen? 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 Das war's für heute. Du hast die M-Ko wieder angelotscht. Hoppaz. Run! Spend to the right! Plane? Wow! Slap! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war eine Menge Dinge, die wir getötet haben. Die Türen sollten jetzt offen sein. Ah, Serious Bomb, sehr gut. Hier ist noch mehr von den Viechern. 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 Der ist noch gleich weg. Ah ne, wir haben wieder volle Health. Shotgun ist schon gar nicht so verkehrt. Hier ist noch mehr von den Viechern. 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 Das ist noch mehr von den Viechern. Nein. Nein. Um, swap. Ah, nee, it's run. Hmm. Ah, okay. Okay. Und weit zu schön war gleich nochmal. No. 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 No.